Die Sicherheitstechniker der Bergischen Universität haben die Ausgleichung Partner der Feuerwehr erhalten. Bei einer feierlichen Urkundenübergabe würdigte der Nordrhein-Westfälische Landesfeuerwehrverband damit das etwa 30 Jahre andauernde Engagement der europartaler Wissenschaftler für den Brandschutz. In verschiedenen Vorträgen betonten sowohl Feuerwehr als auch Vertreter der Bergischen Universität die Wichtigkeit der Zusammenarbeit. Nur so könnten sich die Forschungsprojekte an der Praxis orientieren, etwa wenn es darum gehe, Feuer schneller zu löschen. Vielen Dank.